Ist wieder heile? Na gut Ja, dass es offen ist, interessiert den auch nicht Na gut, ich habe neuen Freund und ich habe neue Vorteile Um, nee Nee Hm Ich würde sagen Ich nehme das Okay Questmäßig, wie sieht es aus? Oh Gott, was ist das? 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 Gehen wir mal zu der Hauptquest Ich muss immer hier zu ihm Komme ich denn hier rüber? Hier einmal so durch wahrscheinlich Ja, dann tun wir das einfach mal Ja, dann würde ich mal sagen, wir gehen hier nach Oh, hi Schnellschiffmann Ich gehe mal nach hinten Oh, hi Oh, hi Tower of Peace Was ist das? Äh, what the fuck, ey Gehen wir mal rein Also mir fehlen Also mir fehlen noch 5 Schnellreisepunkte Also mir fehlen noch 5 Schnellreisepunkte Mmm, so tasty, right? Wow It's not tasty at all It's gross Don't eat it You eat a Mongolian beef You shit your pants for 5 days Hello, Mongolian Please You gotta help me out The Mongolians all live like rats in the Tower of a Peace next door I'll keep the adults occupied here You go top of tower and beat up all their kids Beat up all the Mongolian kids Then Mongolian think this neighborhood not a safe place They move away Go, go, beat up the little Mongolian kids Oh Hello, Mongolian Mongolian beef smell like a Rhino Richie asshole Schade Gibt's Keine coolen Waffen Oder so Na gut, hier scheint es wohl nichts Ah, doch Nö Schade Kann ich hier in die Küche? Nee Ja, ist ja okay Ich will ja auch ein bisschen entdecken Au! Da wurden wir geambusht Schnapp mir den Spacko Und die haben die jetzt erstmal gezeigt Oh! Der zweite Schlag war Lush dafür war der umso besser spätzeugauto ja dann gehen wir mal ok in die kanalisation sollten wir mal rein 3 Oh, ich bin 3. Oh. Oh shit. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ah, ich hab ihn trotzdem erledigt. Das ist sehr gut. unser angriff wird verringert oi 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 selber Blick ah fuck haben wir den mongolischen mongolischen gezeigt hier die Erdrüstung deswegen oh nein das war's mit dir müssen wir uns hier den Turm hochkämpfen oder was haben wir vielleicht schon neues Equip, eine neue Waffe, irgendwas hier hm nee oh god ah da ah oh er hat den ersten Schlag gott zieht zieht der viel ab alter ich muss ja den Trank schon nehmen ey alter sind die heftig nooo alter alter das das ist das das ist das das ist das 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 blatt blatt gott ist das übel so einen habe ich zerstört den habe ich auch noch gut geblockt so so noch ein angriff komm oh ich habe einen mongolenbogen bekommen ja man hups okay diese Ebene habe ich quasi ah was brauche ich dafür was mongolenschatz ok da ist er so zack easy flammenschwert dickes flammenschwert na gut na gut na gut ähm gehen wir weiter nach oben um oh ich wurde gehauen fick dich die 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 flammenschmer die 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 Oh Gott! Boom! BOMM Yo buddy Gehen wir sie ihm Den dicken Hammer auf ihn Aufklotzen Nein, 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 nein Obwohl, das ist eigentlich scheißegal jetzt Ohhhh Babam Erledigt Wo komm ich denn jetzt da hin So Hä? Was? Was muss ich denn hier machen? Ach, Moment Ich muss erstmal hier so ein Drachenschwanz-Ding anbringen Wie denn? Ach, da oben, lol Lil Was für ein Rätsel, ey Die erste harte Nuss Ab in die Heiligen Hallen An die Spitze des Turms Musik